Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Mega-Lockdown und der Petition Zero-Covid, mit der Wirtschaftskrise und Angriffen von Kapitalseite und mit Repressionen in der Türkei und Kurdistan gegen Sozialistinnen und Journalistinnen. Führende deutsche Politiker diskutieren derzeit den Mega-Lockdown. Schon am Dienstag sollen sich Bundeskanzlerinnen und Länderschefs treffen, um wahrscheinlich weitere Verschärfungen zu beschließen. In der Diskussion sind bereits eine Einschränkung des ÖPNV und bandesweite Ausgangssperren ins Gespräch gebracht worden. Selbst die frühere Cheftheologin der Evangelischen Kirche warnt nun davor, dass vor allem Familien mit Kindern keine weiteren Verschärfungen aushalten, während sie gleichzeitig arbeiten gehen sollen. Wir haben also die Situation, dass das Versagen der Regierung in der Pandemiebekämpfung offensichtlich wird und die Corona-Politik sich vor allem durch ihre kapitalistische Widersprüchlichkeit vor den Augen vieler Menschen diskreditiert hat. Seit Anfang November leben wir erst mit einem Lockdown light und dann mit einem verschärften Lockdown, der unser privates Leben massiv einschränkt. Doch erst jetzt, zweieinhalb Monate nach dessen Beginn und viele Monate nach Beginn der Pandemie, wird über Einschränkungen von Betrieben nachgedacht. In diese Kerbe schlägt nun auch eine Petition unter dem Banner Zero Covid. Erstunterzeichner sind neben Pflegekräften auch relativ namhaft Vertreter in sozialer Bewegung in Deutschland und von Gewerkschaften. Diese ist mit einer ziemlich umfangreichen Medienkampagne gestartet und hat damit Verbreitung gefunden. Auch die Linkspartei zeigt Sympathie für die Petition. Viele der Forderungen hören sich erstmal positiv an. So fordert die Initiative die sofortige Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe, dass Menschen mit geringen Einkommen und in beengten Wohnverhältnissen besonders unterstützt werden, Geflüchtetenlager und Obdachlosenunterkünfte aufgelöst gehören, dass die soziale Gesundheitsinfrastruktur ausgebaut gehört, dass Impfstoffe globales Gemeingut sein sollten, also ihr Patent nicht privat bleiben soll und dass Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung von den Reichen und Superreichen bezahlt werden sollen. Doch all diese Maßnahmen stehen unter dem Banner des ersten Ziels, welches die Petition verfolgt, einen sogenannten solidarischen Shutdown, bis das Ziel von null Ansteckung erreicht wird. Das soll nur einige Wochen dauern, was nicht wirklich realistisch ist. Und hier bekommt die Initiative einen schalen Beigeschmack, denn die Frage ist doch, wer soll diese Forderungen um- und durchsetzen? Es gibt weder einen Aktionstag noch Organisierungsgruppen, um diese Forderungen zu erkämpfen. Tatsächlich richtet sich die Petition ganz offiziell an die deutsche Bundesregierung, die Schweizer Bundesregierung, die österreichische Bundesregierung und europäische Entscheidungsträgerin. Damit wird sie letztendlich zu einer Petition an den Staat, jetzt endlich hart durchzugreifen. Ich denke, es ist problematisch, wenn zu einer Zeit, wo der autoritäre Staat von rechts auf weitere Verschärfungen geiert, er scheinbar von links unterstützt wird. Wenn man keine Bewegung dafür organisieren will und dennoch die Forderungen nach einem zwar solidarischen, aber vollständigen Shutdown ganz laut an den Staat heranträgt, dann wird der Teil gemacht, der den Herrschenden passt und die sozialen Forderungen ganz weggelassen und man hat Politik für die Herrschenden gemacht. In dem Aufruf kondensiert sich damit eines der zentralen Probleme der linken Bewegung in Deutschland. Man ist letztlich eine Politikberatung mit moralischem Anspruch, aber mit viel zu viel Vertrauen in den Staat, ohne Sinn dafür, dass politische Forderungen durch Kämpfe von der Basis durchgesetzt werden müssen. Die Initiative selbst schreibt, dass es keinen Gegensatz zwischen Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung einerseits und der Verteidigung demokratischer Rechte und des Rechtsstaats andererseits geben dürfe. Doch genau diesen Gegensatz macht sie auf, wenn sie selbst einen Shutdown fordert, ohne einmal die Einschränkung unserer Freiheitsrechte in dem Aufruf zu kritisieren und gleichzeitig noch die Lösung von einem Rechtsstaat fordert, der uns die ganze Misere mit seiner prokapitalistischen Politik doch erst eingebraucht hat. Es ist richtig, die Pandemie können wir nur konsequent bekämpfen, wenn die Profitwirtschaft eingeschränkt wird. Doch nicht von oben durch einen Polizeistaat, sondern von unten durch Kämpfe in den Betrieben und auf der Straße und dafür werden wir unsere Grundrechte noch brauchen. Kommen wir nun zur nächsten Nachricht. Denn inzwischen ist es auch möglich, eine Bilanz zu ziehen, was das erste Krisenjahr 2020 für die deutsche Wirtschaft bedeutet und was das wiederum für uns als ArbeiterInnen heißt. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass das BIP im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent einbrach und wir müssen bedenken, dass es schon 2019 gekriselt hat. Stärker war die Wirtschaftsleistung bisher nur in der Wirtschaftskrise 2008-2009 geschrumpft, als das BIP um 5,7 Prozent sank. Außerdem verzeichnete Deutschland erstmals seit dem Jahr 2011 im Gesamtjahr wieder ein Haushaltsdefizit. Nimmt man Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammen, haben diese 158 Milliarden mehr ausgegeben als die Einnahmen. Doch die Krise ist in diesem Jahr noch nicht vorbei. Einige Wirtschaftsexpertinnen warnen aber, dass uns eine Bankenkrise womöglich noch bevorsteht. Dass der Euro-Bankenaufseher in RIA zum Jahreswechsel auf Transparenz im Umgang mit Kreditrisiken drängte, ist ein Zeichen, dass auch in diesen Kreisen ein erneuter Crash als wahrscheinlich gilt. Was kann das für uns bedeuten, die keine Banken und Unternehmen besitzen? Banken und Unternehmen haben starke Verbände, die sich schon jetzt dafür einsetzen, dass sie eben nicht die Krise zahlen werden. Eine der stärksten Verbände ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. Deren neuer Präsident ist Rainer Dulger und er hat ganz konkrete Vorstellungen, wer die Lasten der Krise trägt. Denn um die wirtschaftliche Dynamik herzustellen, müssten zunächst mal Unternehmenssteuern und Sozialabgaben seiner Meinung nach gekürzt werden. Worauf das hinaufläuft, wenn der Staat ohnehin ein Haushaltsdefizit hat und die Sozialversicherungen verschuldet sind, liegt auf der Hand. Nämlich auf Kürzungen im sozialen Bereich und bei unserem Lebensstandard. Gerade in der Logistik, aber auch in den Versorgungssystemen rund um die Krankenhäuser haben ZeitarbeiterInnen die Versorgung am Laufen gehalten. Mit deren prekären Arbeitsbedingungen soll es auch weitergehen, so Dulger. Man brauche jetzt keine Vermögensabgaben, Lieferkettengesetze, Zeitarbeitsverbote oder Homeoffice-Gesetze. Allgemeinen Investitionen, Infrastruktur und Bildung erteilt der Arbeitgeberverbandspräsident eine Absage bei offensichtlich dringend notwendigen Investitionen in ein marodes, diskriminierendes Bildungssystem. Der wohl breiteste Angriff auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von ArbeiterInnen ist die Forderung, das Renteneintrittsalter drastisch zu erhöhen. Es liegt aktuell bei 67 Jahren. Für diese Forderung gibt es auch viel Rückhalt, etwa aus dem Kreis der Wirtschaftsweisen. Der Akzeptanz halber empfehlen diese, nun schnell bindende Entscheidungen zu treffen. 2019 wollte Macron im Zuge einer Rentenreform des Eintrittsalter auf 64 Jahre erhöhen. Die Bevölkerung antwortete entschieden mit einem Generalstreik, an dem 1,5 Millionen Beschäftigte teilnahmen. Bis jetzt konnte Macron seinen Vorschlag nicht durchsetzen. Hier berichten wir euch von heftigen Repressionen des türkischen Staates gegen gleich mehrere sozialistische Organisationen. In der Nacht auf den 14. Januar verfüßerte die Polizei in den drei Städten Istanbul, Izmir und Diyarbakir Räumlichkeiten widerständischer und sozialistischer Strukturen. Betroffen sind die Sozialistische Partei der Unterdrückten, ECP, die Sozialistische Föderation der Jugendvereine, CGDF, sowie Kulturvereine, die Nachrichtenagentur ETA und die Zeitung Attelem. Insgesamt sind 48 Festnahmen bekannt. Gefangene wurden zunächst 24 Stunden isoliert, in denen sie auch keinen Kontakt zu ihren Anwältinnen hatten. Auch mehrere aktive Mitglieder der HafenarbeiterInnen-Gewerkschaft Limteisch sind betroffen. Aktuell, nachdem die Kolleginnen schon vier Tage in Haft sind, wird verhandelt, ob die Vorwürfe ausreichen, sie weiterhin Untersuchungshaft zu halten. Ansonsten müssen die Gefangenen heute freigelassen werden. Einen Ausschnitt der ersten Reaktionen auf die Angriffe von ETA möchten wir mit euch teilen. Selbst wenn sie alle unsere Mitarbeiter festhalten, alle unsere Computer und technischen Geräte beschlagnahmen, können sie weder ETA noch Attelem zum Schweigen bringen. Wir werden weiterhin die Stimme und der Atem von ArbeiterInnen, werktätigen Frauen, Jugendlichen, KurdInnen und der LGBTI-Personen sein. Wir werden nicht zulassen, dass sie die Unterdrückten mit ihren Lügen vergiften. Wir werden weiterhin die Tatsachen berichten, die sozialistische Presse wird nicht schweigen. Dieser Kampfgeist hat Solidaritätsaktionen in vielen europäischen Städten inspiriert. Auch wir sind solidarisch mit den Betroffenen, der Repression fordern Freiheit für alle inhaftierten JournalistInnen und SozialistInnen. Das war's auch schon für die heutigen Lockdown-News. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.